hallo und willkommen zurück bei resident evil 2 ja wir gehen mal zur tat über und labern nicht lang ich würde auch sagen ich hätte mal wieder lust zu sterben ich weiß mir jetzt mal ist kraut rein bringt das was scheiße warum bringt das nix das war jetzt was bringen müssen es war doch ein grünes kraut warum hat es jetzt nichts gebracht das weiß ich nicht also irgendwie keine ahnung das spiel verarscht kann man denn leute so verarschen es hat doch bisher auch immer funktioniert grünes kraut es waren da jetzt anders da war ich irgendwas übersehen oder hätte ich mal lesen sonst da stand stellt eine geringe menge gesundheit wieder her ja also ist es echt geil wie man hier einfach dass ich jetzt nicht gut ja wie man verarscht wird jetzt renne ich hier wieder durch weil die greifen mich jetzt alle an ja genau in seiner arme oder ja genau ein zweites mal oder war ich habe nichts mehr um mich zu wehren scheiße ich habe nichts mehr um mich zu wehren wo muss ich denn hin ich habe gar keine ahnung ja lass mich doch mal vorbei ich komme nicht vorbei ich komme nicht vorbei scheiße ich sterbe jetzt gleich wieder pass auf ich sterbe jetzt gleich wieder pass auf ja weißt du die drehen mich auch da und ich weiß schon gar nicht mehr wo ich bin ich weiß schon gar nicht mehr wo wie ich hier gerade kommt so aus meinem Leben ich weiß nicht mal was man will voll jetzt bin ich wieder vergiftet und jetzt habe ich wieder die Arschkalle ich hasse diese ja gut ich hätte auch mal eins mitnehmen können aber ich habe jetzt nicht daran gedacht dass ich jetzt hier wieder stoppen ja ja du beruhigst dich jetzt mal und hält jetzt mal die klappe ich habe jetzt andere probleme so vielleicht ne das rote nehme ich jetzt noch nicht ich heil jetzt erstmal die scheiß vergiftung mein lieber das würde auch nichts bringen weil du das rote allein nicht platzen kannst toll ich hätte das grüne mit dem roten kombinieren müssen und das grüne habe ich verfeuert so wo haben wir denn das mal hier mal ne wo kann man denn hier mal so ein kraut finden ist ja gut ist ja gut so habe ich mich heute noch früher an der Kasse auch noch gehört ja mhm so schauen wir mal ist hier irgendein Kraut hier ist ein Kraut hier ist ein Kraut ok aber wir haben sogar ne nehmen wir nicht ähm Moment nehmen wir erstmal das und das bringt ja du kannst das nicht verwenden ja nur Zinosan ja ja ich weiß schon ich wollte nur äh mal lesen was da steht hast du dir einfach ein Diss im Kleinen ja ja ich hätte es jetzt nicht ich hätte es halt mit dem äh grün kombinieren müssen ist halt scheiße ich bin jetzt halt einfach wieder vollkommen zerstört steckt da jetzt einfach überall Figuren ein mhm wenn du nichts bringen jetzt ist das falsch ah ja oh ich sehe es gerade das war wieder so eine Schnaps Idee mhm äh äh Turm gell ne das ist nicht der Turm das ist Königin das ist die Königin so scheiße auch die habe ich nicht ja so unten und das ist die Figur das ist da ich denke ja müsste die Königin sein ne scheiß Dreck hä aber nicht ah ne ist der Läufer ach man jetzt habe ich hier wieder dieses Türen Problem es ist doch einfach beschissen mhm ja das nehmen wir dann geht die Tür aber wieder zu gut es ist so dieses blöde Türen hin und her geschiebe jetzt das ist so richtig nervig ist das jetzt auch die Königin ja gut so was haben wir jetzt hier hier sind wir letztes Mal auch gestorben weil wir mal keine Munition mehr hatten für so ein scheiß Zombie hm ich sag hier sind wir letztes Mal auch gestorben also ne was wird passiert keine Ahnung was passiert denn gerade bist du zur Musik auf einmal und und so ein Geräusch als wäre irgendwas ganz großartiges passiert aber ich weiß dass da unten ja noch so eine Waffe ist ich wollte da mal schauen wie kommen wir denn da da rein da ist die Waffe was brauchen wir denn da ein Läufer oh da kommt irgendwas ein Zombie komm mal her weil du hast mich letztens gekillt du dummes Sau das habe ich wieder Munition das heißt nicht dass du sie verbrüllen sollst oh sag mal bin ich denn doof oder was er steht bestimmt gleich wieder auf wenn er mich jetzt beißt dann bin ich halt mal am Popo ne nein steht gleich wieder auf bitte lass mich jetzt jetzt fehlt mir halt das teil der könig sogar der habe ich jetzt natürlich nicht komme ich da nicht rein bleibt mir gar nichts anderes übrig hat es da oben weiter zu gehen erstmal ja ja alles nicht so leicht kann ich die tür zu machen oder macht es ein sinn ist kann das ist doch der könig ja wenn ich sie denn es mitnehmen dann geht die tür zu okay es hilft ja nichts wir müssen ja doch darunter aber ich habe ich habe ja okay jetzt kommen wir dahin rein stehst du wieder auf einmal ganz ehrlich jeder der anfing scharf zu spielen spiel doch in der regel erst und es ist immer so dass man am anfang so was haben wir denn hier schönes kann ich das so benutzen gleich die waffe voll metallhaken auf das ziel durch die strom geschickt wird solange sie die waffe auf den gegner zielen wenn sie allerdings zu viel sturm durch die dritte schicken brennen diese nach einem letzten strom durch das heißt also zart benutzen oder was das ist ein bisschen wie mit einer frau wenn das über 3 sprenze durch naja ich lasse es erst mal oder oder warte mal warte mal ich komme gerade nicht klar deswegen 100 durch naja ich wollte es eigentlich auch schnell zugriff machen ja ja ich wollte es nur mal hinlegen und ich schätze mal dass du es wahrscheinlich bald brauchen werden munition schaut jetzt nicht so gut aus dafür haben wir noch ein bisschen mehr machst du das kannst du bist das gepolterter mit deinen füßen ich habe meinen fuß anders positioniert ich schau mal kurz hier durch dann nehmen wir mal die figur wieder mit das ist mal die frage wo wir lang müssen genau die muss ich auch mitnehmen das muss ich wahrscheinlich sinnvoll machen weil sonst komme ich nicht mehr raus das ist ja jetzt doof komme ich jetzt hier wieder raus naja du musst die dinge ja mitnehmen weil damit befreist der sherry also muss man ja da irgendwie mit denen wieder so ein system wahrscheinlich was was jetzt erstmal wieder checken muss oder haben wir irgendeinen teil doppelt wahrscheinlich können doppelt haben wir denke ich kann ich wirklich ja müssen wir halt mal wieder rumprobieren wird wieder so ein rätsel sein auf sowas habe ich jetzt im moment gar kein bock das richtige ja ja solche rätsel die sind immer besonders schön jetzt stecke ich das da rein jetzt haben wir hier den könig der könig das dauert und dann gehe ich hier wieder raus nehmen das hier komm mal her rein dann gehe ich hier wieder außen rum und dann hoffe ich dass es dass wir da auch lang müssen wieder zurück dass ich einmal richtig kombiniert habe mein gott wir rumpeln ja hier das ist ja wahnsinn naja das problem ist halt ich muss jetzt wieder da durch diese ganzen viecher wieder raus soll ich das jetzt machen ohne heilung wir sollen das jetzt funktionieren das ist scheiße da wird sterbe ich dann wieder und dann darf ich wieder alles machen weil ich jetzt die grüne pflanze nicht mitgenommen zum kombinieren das ist ja richtig asozial also ich kann auch nicht die möglichkeit irgendwie mal vorher zu speichern oder dass es automatisch gespeichert wird das ist halt so nervig also ich könnte eigentlich jetzt direkt schon wieder kotzen figur müsste man alle haben jetzt auch sechs stück also ich könnte direkt eigentlich schon mal gehe so in die ecke kotzen weil wir jetzt wieder sterben werden so ein bisschen wie die viecher oder was machten das wieder direkt vor mir hier gibt es halt auch keine heilpflanze mehr das ist halt das problem und ich habe halt auch nichts wo ich mich jetzt groß wehren könnte wie sonst was kann zwar diese strom nehmen aber das würde mich wahrscheinlich im waffen selber elektrisieren oder kann das sein das ist so unheimlich ja ich glaube wir werden das jetzt das ist so unheimlich das bringt irgendwie gar nichts es ist tot ja oder ist es nur abgetaucht ich bleibe hinterm gitter also wenn es tot wäre wäre gut wenn ich jetzt da reingehe und es kommt wieder dann bin ich schaum weg vielleicht einfach Nein, das war schlecht. Ich hab nicht lang genug gedrückt, das war jetzt doof. Das war jetzt mein Fehler. Du musst dich lang genug schocken, damit du auch stirbst. Ist dein Auge jetzt durchgeschockt oder immer noch nicht? Ich muss es jetzt killen. Scheiße. Verflext. Hat's gereicht? Das sieht so aus. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Mit deiner Mini-Waffe. Das ist nicht so wichtig, aber es muss noch ein Monster geben. Es gibt drei. Eine Pflanze oder so? Du siehst ja hier keine mehr, ne? Also, ich seh auch keine. Ah! Schnell wechseln! Nein! Toll! Wieder vergiftet. Der ist nicht sogar tot. Oh! 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 Was ist denn mit dem Kopf ab? Ey, ganz ehrlich, war das jetzt nötig. Vorhand vergiften sie mich nur die ganze Zeit und jetzt killen sie mich direkt. Weißt du, jetzt darf ich wieder alles machen. Das ist zum Kotzen, ganz ehrlich, wirklich. Ich hasse dieses Scheißspiel. Es ist einfach nervig. Echt. Das letzte Scheiß Resident Evil, was ich für die nächsten 100 Jahre spiele. So nervig, echt. Wo bin ich jetzt wieder? Oben. Ja. Ich bin... Ah, wir haben das Elektroschockgerät. Ja, ja. Also sind wir gar nicht so weit zurück. Ja, wenigstens etwas, aber ich muss die Viecher halt irgendwie noch killen. Ich muss die Viecher jetzt wieder killen. Das ist wirklich... Ich kann nichts sagen, dass ich das Spiel mag. Mit... Ich muss ein bisschen aufpassen. Ja. Ja. Mach nicht doch. Hier ist doch das Viecher. Hier liegt doch mal um, du hübscher. Hallo. Ich möchte dein Auge frittieren. Reicht das schon, oder? Oh nein. Nein, anscheinlich. Aber jetzt. Komm. Mehr geht nicht. Stirb! Warum hält denn der so lange durch? Was war das? Ja, jetzt fressen wir uns die Viecher da unten wieder an. Stirbt der jetzt nicht, oder was? Wieso das? Hat doch vorher auch gut geklappt. Alter, was habe ich denn vorher anders gemacht? Der stirbt ja jetzt gar nicht. Doch. Einzig. Ach kacke, ey. Aber seine blöden Missgeburten sind noch im Wasser, oder? Ähm. Ich weiß nicht, ob die immer noch im Wasser sind, oder ob die dann sterben, wenn er auch stirbt. Was macht denn eigentlich unsere Uhr? Also unsere Zeit ist wahrscheinlich auch schon wieder überzogen. Ich hätte jetzt einfach mal Lust durchzurennen. Oder ich schieß den einfach platt. Nein! Wieder nehmen! Ach man, das ist doch scheiße. Du musst dich schocken. Das geht nicht mehr. Ach du hättest jetzt auch mal so sterben können. Das wäre jetzt einfach schöner gewesen. So, jetzt kommen wieder diese blöden Viecher. Ich geh mal kurz raus. Vielleicht lass die mich dann gleich in Ruhe. Wenn du jetzt morgens herkommst. Leser. Da ist auch, dass die ... die Wände quick. Haaaah! Sterbt ihr da gerade, oder? Oder wollt ihr nicht angreifen? Ja, ich glaub das ist dann vorbei, ne? Ach so, das sieht so aus. Was habe ich denn da noch irgendwie so schönes? Okay, weil vorbeirennen schaffe ich nicht an ihm. Den muss ich noch irgendwie killen. Wo ist der? Der ist schon irgendwie. Der ist halt untergetaugt. Oh nein, das hasse ich. Versuch mal durchzurennen. Okay, ich versuch's auch nicht zu zählen. Ach komm, ein Vieh hat mich erwischt und gleich tot oder was? Ganz ehrlich. Wie man es macht, macht man es falsch. Ja gut. Dann war's das schon wieder. Zeit ist schon wieder um. Dann hoffen wir, dass ich es beim nächsten Mal endlich schaffe. Mein Gott. Was für ein Chaos. Also ich habe noch nie so lange in einem Spiel gehangen, keine Ahnung. Ja, ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Lasst uns gerne ein Abo da, ein Like und Kommentare. Ja, vielleicht können wir diese Odyssee jetzt irgendwann mal beenden. Vielleicht im nächsten Video mal schauen. Bis dahin. Ciao. Bis dann. Bis dann.